Wir, ein Team bunt gemischt aus allen Fakultäten, haben das Digital Technology und Entrepreneurship-Programm entwickelt, in dem Studierende interdisziplinär lernen und zusammenarbeiten. Beispielsweise arbeiten unsere Studierenden an einer selbst erfundenen digitalen Geschäftsidee, bauen Prototypen, haben ein juristisches und ein Verhandlungskonzept und sind somit fit für Unternehmertum. Wir von Pionise hatten damals die Möglichkeit, mit der Uni Passau zusammen unser Startup von der ersten kleinen Geschäftsidee zu einem wirklich aussagekräftigen Geschäftsmodell weiterzuentwickeln. Durch diesen Spirit, durch diese Arbeitsweise, die wir da erlebt haben, haben wir so die Liebe zum Unternehmertum entdeckt. Wir merken gerade als Studenten vor allem, dass man was bewegen kann in der Welt. Also wenn man gründet, dann hinterlässt man halt seinen eigenen Fußabdruck. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.